Hallöchen zusammen, hier bei unserem ersten Let's Play. Ich bin Arknay. Hi und ich bin Los. Und heute wollen wir uns mal zusammen One-Man angucken, so als kleine Einführung sozusagen. Wir spielen das Ding so halb blind ungefähr. Also ich habe die ersten drei Level schon mal angezockt und Los hat noch gar nichts gesehen. Ja, ich weiß überhaupt nicht um was es da geht oder keine Ahnung. Ich lass mich einfach mal überraschen. Ja, es geht darum um die Welt zu rennen. Wow, was für ein kreativer Titel. Also halte ich schon mal die Schnauze und mach mal ein New Game. Das sieht man auch, ich habe schon ein bisschen gespielt. File 2, Empty. So. Oh ja, die Musik gefällt mir schon mal. Sehr angenehm und sehr lustig. Das lesen wir jetzt erstmal nicht vor, das musst du selber lesen. Ich kann die Schlussfolger überhaupt nicht sagen. Ah, danach lesen wir vor. Ja, immer ich. Running is easy! Yay! Auf jeden Fall! Hold A or D to run! Woo! Welch feule! Und los geht's! Also sieht's... Rock on! Press Space to jump! Hold to jump higher! Woo! Hört sich ja toll an! To read a sign! Just run up to it and press S! Interessant! Natürlich! Ich verkack gleich den ersten Sprung! Also sie... Also wie man sieht, wenn man irgendwo runterfällt, es passiert nichts! Das ist ja langweilig! Glücklicherweise! Ist auch schon an! Ist doch nicht weg, ich muss es vorlesen! War ich zu schnell! Rock on! Also sieht sehr lustig aus! Jump into a wall by zooming to kick off it! Das ist doch toll an! Keep holding zoom to keep kicking! Yay! Und los geht's! Bam! Okay! Woo! Und da wär ich bejubelt! So muss es sein! Keep moving to fail your move! Was? Was soll denn das heißen? Momentum! Ah, okay! Momentum Meter! Hört sich irgendwie schwul an! Ja, schon! Momentum means a bigger score multipli... Was zum Teufel? Multiplayer Edge Checkpoints! Yay! So! Jetzt schauen wir mal! Hoffentlich verkacke ich nicht noch mehr beim ersten Level! Warte mal, du bist ein Stern? Sowas ungefähr! Ich bin so ne Mischung aus Pac-Man und nem Stern! You got a bronze Mischung! Eine seltsame Mischung! This is a map! Here you can move from curse to curse! Oder irgendwie sowas! Ich kann kein Englisch! You use W, S, A and D to move and space to run the curse! Oder sowas! So! Ich werde natürlich jetzt meine Zeit am Ende wegdrücken, weil... Das braucht ihr nicht sehen! Natürlich! Und die erste richtige Welt! Ja, natürlich! Ja, fängt super an! Auf jeden Fall! Also sieht es sehr lustig aus! Und wieder an die Wand! Boah! Ich wollte oben rum! Okay! Ja, und... Ja, ist gut nur! Also irgendwie... So! Es ist ein... Ja, ich kann dieses Spiel nicht! Ja, ich merk's, aber... Es ist so ein einfaches Spiel, aber irgendwie... ...will ich sie jetzt schon zocken! Yay! Tja! Muss ich bloß nachher, als wir gedulden! Zooming while certainly wake those who sleep! Oh, okay! Die, die schlafen! Be sure not to zoom by am! Okay! Um's ganz blöd zu sagen, ich darf da nicht schnell vorbei rennen, sonst fressen die mich! Oh, sind da mal schnell vorbei! Das würde ich sehen! Beziehungsweise explodieren! Explodieren! Na, fressen ist besser! Ja, ist ungefähr dasselbe! Fressen, explodieren! Kommt hin! Das merkt doch keiner! Sowieso! Hoffe ich jedenfalls! Also die Level sind aber irgendwie... ...ein bisschen sehr kurz! Wie viele Level gibt's denn überhaupt? Ja, dies... ...wird sich auch nicht unbedingt ändern! Na, aber... Was ich bisher halt so gesehen habe! Wuhuu! Ich kenne auch nicht sonderlich viel! Das Springen ist aber toll! Und wieder wird er bejudelt! Das schon! Ja, zum Glück bin ich richtig rum! Hahaha! Uh, Goldmedaille! Okay! Das habe ich bisher auch noch nicht geschafft! Na, mal hin! Ich glaube, ich werde langsam besser! Das ist der Vorführeffekt! Wenn man im Test schlecht war, dann wird man hier besser! Natürlich! Au! Wir haben Schacheln auf dem Kopf! Da sollte ich nicht drauf springen! Wow! Im Ganzen gibt's, soweit ich weiß, 36 Levels! Und wir schauen mal, dass sie es hier innerhalb von einer Stunde schaffen und nicht irgendwie zwei Jahre jetzt brauchen! Was ich mir aber auch bei meinen Können, wie man sie gut vorstellen kann! Das kann ich mir auch gut vorstellen! Und hier mal wieder... Gar nichts! Ja! Also, die Musik gefällt mir vor allem! So! Also, die Musik gefällt mir vor allem! So! 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 Das ist schon mal etwas, was ich sehr schlecht kann! Ja, das ist gut! Wir wollen immer etwas zum Lachen haben! Mehrere Tassen drücken! Ja, ich hoff's! Oh! Ja! Das war so ein tolles Explodierfliege! Also, die sind mir jetzt sehr sympathisch! Ja! Und dann gibt's diesen tollen Schleim, der mich wunderschön bremst! Damit ich hier auch noch langsamer durch die Levels komme! Ja, natürlich! Ah! Richtungswechselwechsel! Ich hasse es! Oh Gott! Juhu! Okay! Das ist ja toll! Natürlich lasse ich alle Ballons aus! Also, ich will nie wieder mehr einen Cape haben zum Fliegen! Entschuldigung! So ein Gleitding macht's auch! Ne, sogar noch besser! Geht natürlich auch! Wir sind nicht Superman! Wir sind eben Run-Man! Run-Man! So! Und der erste Boss! Nach dem ist es Blind! Okay, ein Boss! Das hier ist Pac-Mans verkrüppelter Bruder! So sieht's jedenfalls aus! Ja, dann muss ich hier weggehen! Yay! Wir haben wieder gekriegt! Alles dasselbe! Nur in grün! Nein! Oh! Ja! Jetzt haben wir uns gesehen! Wenn ich das Viech berühre, bin ich zum! Jedenfalls ungefähr! Ja, das ist aber auch ein klein wenig größer als du! Immer müssen sich die Großen an die kleinen Schwachen so machen! So wie du immer an mich! Und ja! Das war zweideutig! Kein Kommentar! Und ja! Das war zweideutig! Ähm! Okay! Ja! Also ich glaub! Nehmt euch lieber mal zwei Wochen Urlaub oder so! Weil das schaffen wir doch nicht so kurzfristig wie geplant war! Äh ne! 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 Geht mich daraus aus! Das schaffst du nicht! Ich spiele nicht! Gajaja! Ja Okay! Ich bin natürlich,.. Ich lerne sowas nie. Haha, dafür bin ich so gut, wie ein Chilet gejumpt. Yay, geschafft! Schade. Und das war etwas kurz. Oh mein Gott, Kuchen. Und so, the monster ist... Okay, wieder irgendwas, was ich nicht aussprechen kann? Inzu... Wenkwünscht? Inzu a contented pest to reduce coma. Koma? Die schlafen doch, nachdem die Kuchen gefressen haben. Äh, naja, gut. Und da sieht man mal Run-Man richtig. Also doch kein Stern. Run-Man, ever, there a minute zooms out of... Oh Gott, ich kann kein Englisch. Rally and into the white world. His journey now takes him to the sleepy hills. What awaits. Schlafende Hüge. Wunderschön vorgelesen. Ja, ich weiß. So, und jetzt spiele ich's blind. Also es heißt, jetzt wird's erst recht lustig. Viel Spaß beim Verrecken. Genau, und wie's aussieht, wird's rutschig. Oh Gott. Auja. Ja. Auja. Fängt gut an. So. Hier rüber. Ah, wunderschöne Musik mal wieder. So muss das sein. Das gehört zu jedem Spiel. Ja. Ja. Rüber hier. Das gehört zu jedem Spiel. 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 Das gehört zu jedem Spiel.